Bestimmte Erkrankungen des Kreislauf- und Gefäßsystems werden mit Gerinnungshemmern sehr positiv behandelt. Wenn ihr das Video über das Herz-Kreislauf-System verpasst habt oder die Videos zum Thema Erkrankungen des Kreislauf- und Gefäßsystems und pflegerische Maßnahmen bei diesen Erkrankungen, die Links befinden sich direkt unter diesem Video in der Beschreibung, wie auch die Quelle zum heutigen Thema. Apropos heutiges Thema, heute wollen wir uns mit der Therapie befassen, sprich mit den Antikoagulantien und der Thrombolöse. Also erst kommt der Intro und dann schauen wir weiter. Fürsorge-Dienstleiter freie Kapazitäten für Neukunden hat. Hallo an alle Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Bei der Hemmung der Blutgeringung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die erste von den Möglichkeiten sind die Antikoagulantien. Also schauen wir uns erstmal an, was die Definition sagt, was Antikoagulantien ist. Und dann schauen wir uns an, was Antikoagulantien sind. Also unter Antikoagulantien verstehen wir die Herabsetzung der plasmatischen Anteile der Blutgerinnung mithilfe von Medikamenten. Und Antikoagulantien sind Medikamente, die in diesem Prozess verwendet werden. Mit dieser Therapie wird erreicht, dass bestehende Blutgerinnsel nicht wachsen oder dass es gar nicht dazu kommt, dass sie sich entwickeln können. Als Beispiele für die Antikoagulantien hätten wir das Eliquis oder das Xarelto. Als nächste Therapiemöglichkeit hätten wir die Thrombozytenaggregationshemmung. Ein schweres Wort, ich weiß. Hierzu sagt die Definition, dass die Thrombozytenaggregationshemmung den ersten Schritt der Blutgerinnung hemmt, sprich die Thrombozytenaggregation. Diese Methode wird angewendet, wenn Blutplättchen gehindert werden sollen, sich an körpereigene oder körperfremde Strukturen anzuheften. Hierzu zählen ASS, sprich Aspirin 100, Iscova oder Plavix. Die dritte Methode ist die Thrombolyse. Im Gegensatz zu den anderen zwei Therapiemöglichkeiten wird bei der Thrombolyse ein vorhandenes Blutgerinnsel mithilfe von Medikamenten aufgelöst. Hier muss man sagen, es handelt sich um eine sehr akute Methode, sprich bei einem Thrombus, der schon einen Schlaganfall verursacht hat oder eine Lungenembolie und dringend aufgelöst werden muss. Medikamente, die bei dieser Methode angewendet werden, nennen sich Fibrinolytica. Streptase gehört zu der ersten Generation der Fibrinolytica und Rappelicin zu zweiten. Um die Blutgerinnung im Blick zu behalten, werden die thrombozytären Faktoren und die plasmatischen Gerinnungsfaktoren mithilfe des Labors beobachtet. Bei der Beobachtung der thrombozytären Faktoren wird geschaut, wie lange eine Wunde braucht, bis sie aufhört zu bluten. Im Normalfall dauert es fünf bis zehn Minuten. Bei den plasmatischen Gerinnungsfaktoren unterscheiden wir den extrinsischen Weg mittels QUIC bzw. INR-Wert und den intrinsischen Weg mittels PTT, partielle Thromboplastinzeit. Die medikamentöse Herabsetzung der Blutgerinnung wird entweder als akute Therapie, als Dauertherapie oder als prophylaktische Maßnahme angewendet. Nun, das ist alles zu diesem Thema. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt oder das alles nochmal durchlesen wollt, die Quelle zum Thema befindet sich unter diesem Video in der Beschreibung, wie auch die Links, die in irgendeiner Form zu diesem Thema anknüpfen. Wenn euch das Video gefällt, teilt es bitte weiter, damit auch andere davon einen Nutzen haben und hinterlässt mir einen Daumen hoch, so unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Unter der Beschreibung befinden sich die Kommentare. Bitte nutzt diese für Vorschläge für kommende Themen oder für Ergänzungen zu diesem Thema. Wenn euch der Kanal gefällt, ihr es noch nicht gemacht habt, dann bitte abonniert es. Es ist völlig kostenlos und unverbindlich. Einmal aufs Glöckchen draufdrücken und jedes Mal, wenn ein neues Video erscheint, seid ihr die Ersten, die eine Benachrichtigung bekommen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao.